Ich habe niemanden angeschossen. Tom stockt mich. Tom will dich nicht. Das ist sehr nervig. Das ist sehr nervig. Das ist sehr nervig. Das ist schwer, oder? Tom ist nicht besonders lustig. Das ist sehr nervig. Wofür sind die? Das ist sehr nervig. Danke für das Essen. Ich weiß, dass du verstehst. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Er wäre fast ertrunken. Er kann mich nicht aufhalten. Wir sind fast ertrunken. Wir sind fast ertrunken. Wir brauchen Wasser. Mein Vater ist beschäftigt. Das ist sehr nervig. Sag ihm, dass er warten soll. Sag ihm, dass er warten soll. Sag ihm, dass er warten soll. Wir haben keine Alternative. Wir haben keine Alternative. Ich bin besser als Tom. Ich bin besser als Tom. Ich bin besser als Tom. Ihr Auto überholte unseres. Ihr Auto überholte unseres. Ihr Auto überholte unseres. Hat Tom wirklich gelächelt? Ich war nicht ganz zufrieden. Ich war nicht ganz zufrieden. Ich bin besser als Tom. Wir haben uns schon kennengelernt. Wir haben uns schon kennengelernt. Wir haben uns schon kennengelernt. Ich bin mit dem Zug gefahren. Tom ist nicht so alt. Ihre Beschwerden nehmen kein Ende. Ihre Beschwerden nehmen kein Ende. Ich brauche eine Zigarette. Tom hat eine schöne Haut. Tom hat eine schöne Haut. Ich mag Brombeeren. Sprich mit jemandem. 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 Sie lieben Tom. Sprich mit jemandem. Du darfst hier nicht Skateboard fahren. Du darfst hier nicht Skateboard fahren. Sprich mit jemandem. Sprich mit jemandem. Ich übertreibe manchmal. Ich erwartete etwas Plötzlich ergibt alles einen Sinn Tom wurde sehr nervös Arbeiten wir zusammen Tom hieß uns willkommen Tom hieß uns willkommen Tom hieß uns willkommen Tom hieß uns willkommen Sie sehen aus wie wir Was wurde passieren? Sie ist Maria Maria ist sehr hübsch Maria ist sehr hübsch Wann ist Besuchszeit? Zeige deine Karten Zeige deine Karten Zeige deine Karten Wo ist die Butter? 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 Tom ist nicht bei Maria. Er sang weiter. Wer ist Tom wirklich? Wer ist Tom wirklich? Wo sind meine Bücher? Wo sind meine Bücher? Wo sind meine Bücher? Es war zu einfach. Tom sah weg. Tom sah weg. Tom ist kein Student. Tom ist kein Student. Tom ist kein Student. Ich habe mir meine Finger verbrannt. Wer hat Tom mit dem Messer gestochen? Wer hat Tom mit dem Messer gestochen? Bist du nicht glücklich hier? Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig. Tom benutzt keine Steroide. Sie zeigte ihr Talent. Sie zeigte ihr Talent. Was hattest du an? Was hattest du an? Was hattest du an? Wir bringen dich nach Hause. Wir bringen dich nach Hause. Ich will sterben. Ich will sterben. Du entspannt. Ich will sterben. Ich habe euch geschrieben. Rotlicht. Wir bringen dich vor. Wir bringen dich im War. Wir bringen dich nicht nur so. Wir bringen dich vor. Wenn du einen Blatt ausfohlen. Ich kann mich auf den Platt ausfohlen. Und dann darfst du dir alles im Arm desbiere Zustands. Vielen Dank.